Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stamm-Tisch! Diese Melodie ist ursprünglich ein russisches Volkslied aus den 1800ern. Tja, wusstet ihr das? Ich wusste es erst nach der Sichtung dieses Films, obwohl die Musik so eigentlich nicht wirklich erwähnt wird. Aber es wird gespielt, denn es geht in diesem Film um Tetris, das Spiel. Ja, ein Film über Tetris. Man sollte meinen, Hollywood hat keine Ideen mehr, aber das hier ist tatsächlich ein anderer Fall. Denn es ist nicht einfach ein Spiel im Sinne von, oh, Veliko-Movie, aber Tetris. Sondern es ist ein Film über das Spiel Tetris und dessen Anfänge. Inszeniert von John S. Baird, geschrieben von Noah Pink und mit einem Haufen Leute drin. Und der Film startet am 31.03.2023 auf Apple TV+. Ich bin der Lasse und mit mir bespricht diesen Film der David. Guten Tag, hallo miteinander. Also die Zuhörer und du. Genau, allerdings, ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Haustiere, liebe alles, was, ja, Ohren hat, schätze ich mal. Ganz genau, ja. Und wir beschreiben hier unsere Meinung zum Film. Ich persönlich habe mich sehr auf den Film gefreut, seit ich den Trailer gesehen habe, weil ich interessiert war aufgrund der Leute, die daran beteiligt waren. Einmal die Besetzung, andererseits der Regisseur hat vor ein paar Jahren Stan & Ollie inszeniert, welchen ich sehr gut fand. Und der Film kommt aus der Produktionsschmiede von Matthew Vaughn und Konsorten. Und seine Filmografie mag ich allgemein sehr gerne. Was dachtest du, als du zum ersten Mal gesehen hast, oh, ein Tetris-Film? Also mit dem Beteiligen habe ich mich nicht auseinandergesetzt, aber ich habe mich tatsächlich auch auf den Film gefreut, schon seitdem er angekündigt wurde. Denn ich wusste schon so ungefähr, um was es geht. Also ich hatte nicht die Erwartung, dass man sowas wie den Film Pixels bekommt mit fallenden Steinen und ganz komischen Story, wo uns, weiß ich nicht, außerirdische Viererblöcke angreifen. Also ich wusste ungefähr, um was es gehen wird und deswegen habe ich mich auch darauf gefreut, dass es quasi, es wird ja immer so als das Argo der Videospielverfilmungen gehandelt. Ja, gibt's genau. Ja, ich meine, wir alle kennen irgendwie Tetris. Ich tatsächlich habe damals als Kind, hatte ich auch einen Gameboy und eins der Spiele, die mit dem Gameboy kamen, irgendwie so automatisch war dann Tetris. Und deshalb haben wir schon als Kinder damit eine gewisse Verbindung gehabt. Ich war nie besonders gut in dem Spiel, aber es ist ein wahnsinnig populäres Spiel. Und ich hatte mich persönlich nie so wirklich gefragt, was steckt dahinter, wie auch immer. Und ja, dieser Film basiert auf der wahren Geschichte davon, wie Tetris zustande kam und wie es in den Verkauf kam. Die Geschichte dahinter ist, ist batshit fucking crazy. Richtig abgefahren tatsächlich. Und das fangen sie auch gut ein, diese Verrücktheit. Ja, es ist sehr, sehr absurd. Die grobe Story an sich ist, dass es um den, wie soll man sagen, einen eher so erfolglosen Businessman geht, Hank Rodgers, welcher mit der Publikation von Videospielen zu tun hat, aber er ist nicht super erfolgreich damit. Und dann stößt er auf einer Messe, gleich zu Anfang, auf das Spiel Tetris und will wissen, ey Mensch, das ist mega geil. Ich will die Rechte kaufen und muss erst mal die Bank anpumpen und so weiter. Und er erzählt erst mal dem Bankmanager und uns die ganze Geschichte davon, wie dieses Spiel zustande kam und wie der ganze Rechtsstreit irgendwie begann. Und ursprünglich hat es ein Typ in Russland erfunden, der da einfach in einem Büro arbeitete und hat das einfach zum Spaß entwickelt. Und dann ist das so ein bisschen eskaliert und richtig viel wollen wir auch gar nicht vorgreifen. Denn an sich, der Film spielte in den 80ern, es ist definitiv ein großes, kaltes Kriegsfeeling. Und der Film macht deutlich, wie unfassbar lächerlich das ganze Ding war einfach. Zwischendurch sagt ja auch sogar der Hauptcharakter selbst, es geht hier nur um ein beschissenes Videospiel. Weil die Russen tun so, als ging es hier um die Codes für die Nuklearwaffen. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen, ich meine, der Film wirbt direkt am Anfang damit based on true events. Aber das, was sie dann daraus gemacht haben, ist dann nicht mehr ganz so der Realität geschuldet. Es ist nicht ganz so dramatisch, wie im Film dargestellt. Aber es macht trotzdem Spaß und es soll ja auch dem Zuschauer gefallen. Und ich glaube, das ist der Kompromiss, den sie eingehen mussten. Dass man es eben lockerflockig hat, mit viel Prise Witz und Klamauk auch so ein bisschen dabei. Und natürlich Spannung und Action. Ich meine, wenn der Westen auf Russland trifft, dann müssen die großen Geschütze aufgefahren werden. Gerade wenn es in den 80ern spielt. Ja, ja, das ist selbstverständlich. Klar, genau, based on true events ist nicht real life. Das Lustige ist, ich höre aktuell einen Podcast, der heißt The Dollop, wo zwei amerikanische Comedians sich gegenseitig true stories im Prinzip vorlesen. Also ein Stück amerikanische Geschichte in jeder Folge. Da kann es mal eine Person gehen oder ein bestimmtes Event und so weiter und so fort. Und das basiert halt alles auf Fakten. Also die lesen im Prinzip halt Fakten vor sich gegenseitig, ohne dass der andere weiß, was kommt. Es ist unfassbar witzig. Und dieser Film hier fühlt sich im Prinzip an wie eine Filmversion von einer dieser Podcast-Folgen. Wo man da vorsitzt und denkt, das kann doch nicht wahr sein, wie das eskaliert in dieser Form. Und der Film macht das, ich, lustigerweise, obwohl es halt um das Spiel an sich geht, einfach nur als, eben als Spiel, als Konzept und so weiter, die sind nicht in dieser Spielewelt. Finde ich, ist es eine der besseren Videospielverfilmungen, weil sie die Ästhetik sehr schön einbauen. Der Score von Lorne Bauff ist komplett Synthesizer. Aber sie bauen die Tetris-Melodie ein ordentlich. Es gibt einige schöne Remixes von Songs. Und das Clevere ist auch, weil ich schätze halt mal, sie hatten jetzt nicht das allergrößte Budget. Und deshalb benutzen sie für verschiedene Establishing-Shots einfach dann Pixelgrafik. Ja, sehr schön. Aber manchmal ist es auch ein Übergang, wo wir erst Pixelgrafik sehen, dann echte Gebäude. Meistens ist es dann in Russland der Fall. Aber ansonsten benutzen sie halt meistens einfach nur dann diese Pixelgrafik. Und die verwenden auch so Pixelmännchen, wenn es da um Exposition geht und so weiter. Und es ist einfach super schön gemacht. Es fügt sich alles sehr gut ein. Und ansonsten fand ich halt einfach die Inszenierung sehr knackig. Ich fand, das war immer Tempo drin. Denn obwohl es halt größtenteils einfach nur ist, die Leute unterhalten sich in Büros oder laufen hin und her. Aber ich finde, das hatte immer so, das hatte immer Pfeffer. Es ist tatsächlich, es hat mich auch so teilweise an die Serie Suits erinnert. Diese Anwaltsserie. Denn dort wird für jede kleine Akte, also fahren die da und da hin. Und so ging es mir auch. Also hier wird ständig nach Moskau hin und her geflogen. Da denkt man sich, hä, wo war denn da der eiserne Vorhang, wenn das so einfach ist, da ständig aus und raus und rein zu reißen. Und das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen verwirrt, weil man, ich dachte mir, hä, hat das damals nichts gekostet, dass man mal schnell dahin fliegt und dahin und dahin. Und das alles für Spielerechte, wofür die eigentlich gar nicht so viel Geld zahlen wollten anfangs. Wo ich mir dachte, hä, da muss halt der Flug teurer gewesen sein, als die Spielerechte, die sie kaufen wollen. Es ist so crazy. Und ich war auch so überrascht davon, wie sehr die Nintendo auch mit richtig in den Vordergrund rücken. Man sieht die Firma, man sieht Ausschnitte aus anderen Nintendo-Spielen. Wir sehen dort halt den Chef von Nintendo, gespielt von Togo Iga, war schön, ihn auch mal zu sehen in so einem Film. Und ja, also es ist wirklich, also für Retro-Spiele-Fans ist das hier, gibt's ja ziemlich viele schöne kleine Referenzen, sodass es aber auch passt. Ja, auch so ein bisschen Nerd-Gequatsche, ne, über so Programmiersprachen wird ganz kurz eingeflochten. Nintendo ist natürlich the good guy, Atari ist so the bad guy, so zumindest, so ein bisschen. Stimmt, das Sega, genau, Sega auch, das fand ich schon ein bisschen wieder schade, aber gut. Es ist halt die ganze Zeit übelstes Backstabbing, also es ist eben das, was so allgemein im Geschäftsbusiness abläuft, aber das Ding ist eben, dass es hier einfach um Videospiele geht und noch dazu, die Anfänge, also die zeigen richtig toll halt auch wie, hey, Arcade, das wird gerade jetzt mega in und hey, wir entwickeln den Gameboy gerade und so weiter. Und es ist so geil, wie das alles einfach inszeniert ist, wie das immer enthüllt wird und wie ernst eben diese Figuren das alle nehmen. Genau, apropos Figuren, wir können ja mal erzählen, wer so alles mitspielt oder wer so die Hauptfigur im Ganzen ist. Das ist ja Taron Eckerton, den kennt man vielleicht aus Rocketman oder dieser etwas schlechteren Robin-Notfall-Filmung, ich finde. Kingsman vor allem, dadurch ist er, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, groß geworden. Und Eddie the Eagle, da fand ich ihn auch noch grandios drin, den Film. Und er spielt hier Hank Rogers, das ist eben der Typ, von dem du schon erzählt hast, der direkt am Anfang Tetris auf einer Messe in San Francisco sieht und die Japan-Rechte dafür kaufen will. oder es auch tut. Und er ist so die zentrale Figur, denn er will natürlich, er sieht da die ganz große Chance darin, auch irgendwie Geld zu machen. Er verpfändet Haus und Hof dafür und möchte natürlich erfolgreich aus dieser Geschichte rauskommen. Und das ist dann eben schwieriger als gedacht. Ja, und er hat Frau und Kinder in Japan, das ist eben auch so interessant, ist Däne, der in Tokio wohnt. Und er hat seine Frau in... Nee, Holländer ist er. Er Holländer, genau. Er Holländer und hat seine Frau auf Hawaii kennengelernt. Und ich war halt sehr überrascht vom... Normalerweise tun sich Briten schwer mit Akzenten, aber ich finde, Taron Acherton überspielt das super. Also ich finde, den fehlenden Akzent und alles, ich finde, das kriegt er super hin hier. Ja, und er spricht auch Japanisch mal in dem Film. Ja. Und, äh, also alles. Ja, das machen sie richtig klasse. Und, äh, Roger Allum spielt hier den, ähm, als Milliardär-Mogul Robert Maxwell mega unrecognizable. Also ich kenne Roger Allum aus Sachen, aber ich habe ihn hier nicht erkannt. Da war ich so überrascht von. Der ist halt so begraben in Make-up. Also die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, ihn aussehen zu lassen wie den echten Maxwell. Mhm. Und, und ich war sehr erstaunt. Mich hat die Figur so ein bisschen an so eine schlechte Helmut-Kohl-Imitation erinnert. Ja, und du bist ja noch ein bisschen, hat er mich erinnert an, auch von der Stimme her, an Anthony Hopkins als Hitchcock in dem gleichnamigen Film, den sie da gemacht hatten. Ja, das, das fand ich sehr, sehr interessant. Anthony Boyle als sein Sohn fand ich auch ganz wundervoll. Ich, ich hab mir ja dann auch noch Bilder von den echten Protagonisten, die es ja im wahren Leben gab, angeguckt. Und Roger Allen war da wirklich super geschminkt. Also er schaut wirklich fast, also richtig aus wie der echte Robert Maxwell. Das war schon echt erstaunlich. Ja, ja, genau. Das Tolle ist halt auch, dass einer von diesen Filmen sind auch am Schluss halt die Fotos zeigen von echten Personen und so. Und das ist halt, ich fand es super toll, dass Toby Jones dabei war. Toby Jones, immer einer der ewigen, grandiosen Charakter, Nebendarsteller. Und er, er ist hier unglaublich lustig und windig und nervös und das ist immer eine Freude, ihm zuzusehen. Ich fand, also die, die emotionale Kernfigur ist Nikita Ephraimov als der Alexei Patindorff oder, verdammt, ich schlachte wahrscheinlich. Patithnoff. Also den eigentlichen Erfinder von Tetris. Er hat, er hat definitiv halt den, den, den emotionalsten Anker. Und halt bei, bei Hank Rogers, der ist ja auch nicht einfach nur so irgendwie so ein Betrüger, der Geld, also der kennt sich aus, durchaus. Und er hat eben auch ein Herz. Sie stellen ihn vor gewisse Herausforderungen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt tapp mich in die Falle. Und es ist halt sehr gut, wie er immer noch, also wir sind immer noch auf seiner Seite die ganze Zeit. Und es gibt eine Szene im Film, da treffen quasi alle Protagonisten aufeinander am gleichen Tag, am gleichen Ort, zur gleichen Uhrzeit. Und da dachte ich mir so im Film, also als ich geguckt habe, ja, ist klar, sicher, sicher. Und jetzt, als ich mich im Nachhinein da noch ein bisschen über die wahre Geschichte von Tetris informiert habe, ist das tatsächlich so passiert. Also da musste ich auch sagen, das ist ja echt krass. Ich dachte, das haben sie extra so geschrieben für das Drehbuch, damit man das irgendwie verschlankt oder noch ein bisschen dramatischer macht. Aber das ist eine der Szenen, die tatsächlich auch so stattgefunden hat. Und das fand ich dann schon witzig. Das ist eben das Lustige an Geschichte. Halt, die Geschichte kann so extrem crazy sein, tatsächlich. Ja, und wir haben ja auch den Gorbi, haben wir ja auch noch kurz in dem Film drin, auch gut getroffen. Also da wird das ganz große Rad dann gedreht. Also mir hat der Film auch tatsächlich gefallen. Also der ist, wie du schon meintest, er ist relativ leichtgängig. Er hat natürlich irgendwie schon so ein bisschen ein komplexeres Konstrukt. Er löst das aber gut auf oder verkauft vielleicht ein bisschen komplexer, als es überhaupt ist. Und lässt auch viele Dinge weg oder macht es absichtlich, künstlich vielleicht sogar ein bisschen komplex, damit man denkt, man muss schlau sein, um den Film zu verstehen. Aber es ist eigentlich gar nicht so ganz verschroben witzig. Man hat einen super Nostalgiebonus durch die 80er Jahre, durch die Grafiken, durch die Musik, die sie da alle einbauen, durch die Kostüme, auch die Farbgestaltung. Und dann generell so dieses Russland und der eiserne Vorhang, da fühlt man, wenn man da schon gelebt hat zu der Zeit, schon so ein bisschen wieder zurückversetzt. Und gerade diese Acht-Pixel-Grafik, diese Übergänge von der einen Szene zur anderen oder später die Action-Szenen, die sie da mit verfeinert haben. Das haben die schon gut gemacht. Und die Schauspieler haben eigentlich auch alle recht gut abgeliefert. Taron Eckerton fand ich teilweise ein bisschen drüber manchmal von seiner Figur her. Aber das hat schon gepasst, so in dieser Grundstimmung des Films. Es ist ja ganz klar eher eine Komödie. Also als Satire irgendwie auch so ein bisschen angelegt. Ja, ja, genau. Also ich finde, er ist definitiv der, der am meisten drüber ist, was das angeht. Aber ich finde, das hat auch seinen gewissen Charme. Aber ja, durchaus. Also er ist erst so derjenige, der so am ehesten, wo man dann am ehesten so denkt, yeah, it's a movie. So in der Art. Also der, er bringt so immer die, wenn es so extrem ernst zu werden droht, dann da korrigiert er den Ton irgendwie so ein bisschen. Und ja, und eben auch die Tatsache, wie sie eben so einführen, wie unfassbar das da in Russland ist und war mit Überwachungsstaat und all dem. Ich finde, eine der besten kleinen Szenen war, wo im Prinzip einer von diesen russischen, machtvollen Leuten dort irgendwie redet mit Tyron Edgerton. Und Tyron Edgerton macht irgendwie, macht irgendeinen Kommentar. Und dann schneiden sie zu der Sekretärin, die das mithört und sie lacht einfach nur. Und das fand ich so toll auf den Punkt gebracht. Ja, das stimmt. Ja, also es sind ja Dinge tatsächlich so passiert, also jetzt nicht nur bei Tetris, sondern generell so in der UDSR damals. Das dann schon, wenn man sich das also vor Augen führt, dass das ja schon ein relativ ernstes Thema dann auch ist. Dass man das so leichtgängig dann verkaufen kann, ist dann auch mal schön, dass man so mit einem zwingenden Auge da so ein bisschen gucken kann. Und aktuell ist es, glaube ich, eh schwierig, Filme zu finden, in denen der Russe oder auch gute Russen vorkommen, ich sag's mal so. Ja, stimmt genau. Der Film kommt in einem schwierigen Klima raus und wo sie eben aber auch zeigen, dass das Volk an sich nicht schuld ist oder war an gewissen Zuständen. Und dass es da durchaus eben die Leidenden gibt und entsprechend drückt man den Figuren auch ganz fest die Daumen in diesem Fall. Weil, ja, die machen es einfach sehr, sehr gut, Sympathie aufzubauen und auch halt gute Überraschungen einzubauen. Es gibt einen gewissen Charakter, Shoutout auch zu dieser Schauspielerin, der ein bisschen vielschichtiger ist, als man denkt zu Anfang. Und das ist, das ist, das fand ich, war sehr, sehr gut gelöst und hatte eine gute Entwicklung. Und, ja, insgesamt, die Ästhetik war toll. Ich fand den Score toll. Dieser Film, ohne zu spoilern, dieser Film hat die beste neue Rendition und Verwendung von Looking Out for a Hero seit Shrek 2. Ja, aber gab's auch Dinge, Lasse, die dir nicht so gut gefallen haben? Ich muss grad überlegen. Ich glaube, in der Mitte ist das Tempo ein kleines bisschen schleppend. Es gibt so ein kleines, wo es so ein bisschen so diese typische Struktur, wo es halt so ein bisschen so jetzt ist am Boden. Dreht sich so im Kreis oder es wiederholt sich einfach. Ja, es ist ein kleines bisschen halt, ich würde nicht sagen zäh, aber es ist halt ein kleines bisschen weniger Tempo drin an einer bestimmten Stelle, wo dann halt, ja, okay, I get it, so in der Art ist, wo es auch ein kleines bisschen kompliziert wird im Sinne von, was genau ist jetzt das Problem oder was ist das Geschäftsmodell? Aber dann kommt eine bestimmte Expositionsszene, wo es nochmal dargelegt wird und dachte ich, okay, okay, gut, ich bin wieder drin. Jetzt schnell leg ich's. Genau, aber das war halt wirklich nur, wirklich nur ganz kurz. Und ansonsten einfach, ja, wüsste ich jetzt nicht sonst irgendwie was anzumerken tatsächlich. Ich finde, der Film fühlt sich sehr authentisch an. Performances sind wundervoll. Insgesamt den Vibe treffen sie gut und sie nehmen diese Real-Life-Story und verpacken das wahnsinnig unterhaltsam. Und auf eine Art, weiß auch, ich war sehr erfreut darüber, wie oft geflucht wurde in dem Film. Also wo sie halt durchaus, wir zielen hier auf ein erwachseneres Publikum ab. Ist ja nicht wirklich halt jetzt mit Toten oder übermäßig viel Gewalt. Aber es hat halt definitiv, irgendwann hat es so den Vibe von einem Heist-Film, ohne zu tief aber auch da rein zu gehen. Und ich finde, das verpacken die alles sehr gut. Ich fand es so ein bisschen schade, man hat keine so echte Bindung aufgebaut zu den Charakteren. Die bleiben recht blass, man lernt sie nicht so richtig kennen, auch den Hank Rogers nicht. Alles, was wir wissen, ist, also wir wissen nicht viel, auch dass er Holländer ist und in Japan lebt, habe ich erst recht spät geschnallt. Auch nur dadurch, dass er es erzählt hat, auch immer so beiläufig. Sonst dachte ich eigentlich immer, dass er so der typische Amerikaner, denn er tut auch so wie so ein typischer Amerikaner, wie so ein Klischee-Ami, der sich in Russland so ein bisschen aufführt. Ja, da ist ein bisschen Kompensation drin, quasi in seinem Gebaren, denke ich mal. Und auch die anderen haben dann vielleicht zu wenig Screentime, als dass man sie dann richtig, es gibt ja eigentlich nur den richtigen, der einzige Ernste in dem ganzen Spiel, in dem ganzen Film, ist ja Alexej Pachitnov, quasi der Tetris-Erfinder selber, er ist so der Einzige, der so ein bisschen Dramaturgie durchmacht und mit dem man dann vielleicht auch so ein bisschen mitfühlen würde oder dem man es auch gönnen würde, dass er vielleicht auch irgendwie Geld verdienen könnte mit seiner Tetris-Erfindung. Aber das war ja in den UDRs ja zumindest da noch nicht so richtig vorgesehen und dafür kämpfen sie ja dann. Ja, dass generell so die Charakter dann tatsächlich so ein bisschen blass geblieben sind oder man uns einfach irgendwie was hingeschmissen hat vor die Linse und einfach heißt, Zuschauer, hier nimm das und friss und stipp. Und man merkt dann halt ganz klar, wo dann der Pfad des reellen Geschehens verlassen wird und die Drehbuchschreiber sich ausgetobt haben. Wo ich mir dann auch dachte, ah, das hätt's jetzt nicht gebraucht unbedingt. Ja. In gewissem Sinne, genau. Ja, es ist halt definitiv, es ist halt ein Film und der Film ist sich bewusst, wir sind ein Film und wir wollen in erster Linie unterhalten. Aber ich finde, wie sie hier Fakt mit Fiktion vermischen, eben da, wo es halt nötig ist, wo dann ein bisschen halt die Spannungsschraube angedreht werden muss. Da, ich finde, das kriegen sie ganz gut unter einen Hut. Man muss das mögen, glaube ich, solche Art von Filmen. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo ich mich, glaube ich, einfach so hinsetzen würde, wenn ich solche Art von Filme sonst jetzt nicht schauen würde selbst. Weil es ja schon viel Exposition auch, es wird viel geredet, bis da mal tatsächlich was passiert, das dauert ja ein bisschen. Aber wenn ihr Argo mochtet oder generell auch so ein bisschen Verschwörungssachen irgendwie, so politische Dinge, aber ein bisschen lustiger aufbereitet, ich glaube, dann ist Tetris der Film, den man sich angucken sollte. Oh ja, da passt er ganz gut rein in diese Sparte. Ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus ... Bridges of Spice vielleicht auch, wenn sowas ... Bridges of Spice wollte ich gerade sagen, tatsächlich ja, eben auch wegen des eisernen Vorhangs und so weiter. Ja, das hat durchaus ... Bridge of Spice ist halt definitiv halt sehr viel geerdeter und mit sehr viel weniger Tempo. Aber ich finde halt trotzdem einer von Spielbergs Besten der letzten Jahre. Und ja, und dieser hier ist halt ein bisschen mehr so in Richtung Mainstream natürlich. Und man lernt auch schon ein bisschen was über Tetris. Und es macht schon Spaß. Also ich hatte tatsächlich dann hinterher Lust, irgendwie nochmal Tetris zu spielen, hab's aber jetzt nicht gemacht. Aber es ist schon so, dass man so denkt, ach, eigentlich könnte man sein Gameboy nochmal rauskrameln und nochmal zocken irgendwie. Ich weiß es auf jeden Fall viel, ich bin dann auch kein Gamer von diesen Retro-Sachen, aber ich weiß es jetzt viel mehr zu schätzen. Ich wusste nicht mal, was aus Russland kommt überhaupt. Also ich kannte überhaupt nicht die Geschichte dahinter. Und jetzt weiß ich mehr. Und das finde ich toll. Das ist toll, wenn Filme sowas schaffen. Ja. Ich war am Ende dann nochmal verwirrt, als der Film vorbei ist. Dann blenden sie ein, was ist aus dem, wie, was geworden und so. Ich muss auch zugeben, ich habe die Auflösung anfangs nicht verstanden. Das habe ich nur kapiert dadurch, dass ich jetzt mich nochmal eingelesen hatte. Weil ich habe nicht kapiert, also wie jetzt durch das Ende, das sie gezeigt haben, wie der Hank Rogers da Geld gemacht hat, habe ich nicht kapiert. Oder warum sie dann später nochmal eine Firma gründen konnten und da auch nochmal Geld gemacht haben. Das wird nicht erklärt. Und dafür muss man tatsächlich dann hinterher nochmal lesen, warum das so passieren konnte. Also warum sie dann doch noch reich geworden sind nach dem Abspann. Okay, verstehe. Das habe ich so nicht verstanden. Aus dem Film selber kam das nicht hervor, weil ich dachte, eigentlich müsste er doch jetzt sein Haus verloren haben, weil er hat ja gar nichts gemacht. Ja, es ist ein bisschen, man muss ein bisschen halt Geduld haben bei dem ganzen Business-Talk und Zeug und so weiter. Aber halt die Charaktere sind halt so unterhaltsam, dass es einfach Spaß macht dazu zu sehen. Auch interessanterweise, weil die Maya Rogers, die ja hier ein Charakter ist, also die Tochter von Hank Rogers, die war hier Executive Producer. Also und sie hat ja jetzt, ist ja jetzt quasi die Chefin da von Tetris und das fand ich halt sehr interessant, dass es halt wirklich so in Zusammenarbeit entstand mit den Verantwortlichen mit. Und das ist natürlich in gewissem Sinne gut, wenn man da so diesen Segen hat. Und eben halt, da sieht man, dass sich es auszahlt, wenn man halt tatsächlich irgendwie die Rechte hat an dem Zeug, was man da verfilmt. Also wo man dann halt auch, wo man da nicht drum rumtanzen muss, wie im Fall von Tolkien vor ein paar Jahren. Ja, es ist auf jeden Fall super liebevoll und die, ich habe ja auch da ein Interview, ein kleines Interview gelesen von den aktuellen, also von dem Hank Rogers. Die haben ja an dem Drehbuch, dürfen das zumindest im Vorfeld lesen und Tipps geben und der hat dann auch gesagt, okay, irgendwann kamen dann Stellen, wo wir gesagt haben, ja, da haben wir gesagt, okay, da haben wir keine Chance, das denen auszureden. Die müssen ja das unterhaltsam rüberbringen und das war, also damit haben sie sich auch super arrangiert. Nicht, dass die dann sauer sind, sondern die sich gedacht, ja, ist ein schöner, lustiger Film, ein bisschen wahres dabei, aber er macht halt Spaß. Ja, genau, es ist halt ein anderer Fall wie bei Bohemian Rhapsody, wo die überlebenden Mitglieder von Queen gesagt haben, Megas look awesome und das scheint halt auf sehr penetrante Weise durch in dem Fall. Das stimmt. Und hier hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie groß was beschönigt wurde, es wurde halt einfach nur ausgeschmückt. Ja, es wurde ein bisschen leichtgängiger auch erzählt. Genau, ja. Ja, aber halt ganz, würdest du denn abschließend den Film empfehlen, halt allen Leuten, die eventuell Zugriff haben auf Apple TV Plus? Oh ja, also ich würde den empfehlen, der macht Spaß, er ist leichtgängig, ich glaube, das hat doch gar nicht so lange gedauert, ich glaube genau, exakt zwei Stunden hat er gedauert. Ja. 117 Minuten steht hier, also das ging schnell vorbei und er ist ja auch abwechslungsreich, durch diese Grafiken, diese Einbauung, obwohl vieles in Räumen stattfindet, haben sie ja verschiedene Räume, sie haben viele Charaktere und der Taron Egerton, der macht auch Spaß, ihm zuzugucken irgendwie, der ist schon so ein bisschen charismatisch und hat immer einen lockeren Spruch drauf und so, das ist schon lustig. Ja, also auf jeden Fall von mir, Daumen hoch, schaut euch den an. Absolut. Wenn ihr gerne Tegres gespielt habt. Ja, total, er selbst hat es ja, glaube ich, beschrieben als, es ist mehr Social Network als für Lego Movie. Und ich finde, da passt es auch ganz gut rein, weil Social Network hat ja definitiv auch halt, wo man halt auch gedacht hat, ein Film über Facebook und dann wurde es halt dieser, doch, Thriller mit ordentlich, also da wird man doch engaged beim Zuschauen. Und, äh, das, das, ja, aber ich meine halt, wenn man jemanden wie David Fincher dahinter stehen hat, aber hier eben in dem Fall auch ein Regisseur, der weiß, was er tut und, äh, der einiges kann. Und, ja, ich, insgesamt hat sich da das Team voll reingekniet und ich würde den Film auch absolut uneingeschränkt empfehlen, äh, für Leute, die da in irgendeiner Form interessiert sind. Muss einiges an Untertiteln mitgelesen werden, weil man da eben halt auch in anderen Ländern unterwegs ist, aber das ist ja kein Problem an sich. Ja, also ich finde halt, rundum hat der Carsten wunderbaren Job gemacht, ich mochte die Musik sehr gerne, den Flair, alles, alles daran. Ich war super unterhalten und würde den auch vorbehaltlos empfehlen für alle, die einfach unterhaltsame Filme mögen und dabei auch etwas lernen wollen. Agree, full agree. Wunderbar. Dann war's das mit unserer vielleicht etwas überlangen Kritik, aber auch mit einer Kritik, die nicht so viel gespoilert hat. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören, ihr lieben Leute und ich bedanke mich sehr, dass du den mit mir besprochen hast. Sehr gerne, vielen Dank auch. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss und passt auf die Lücken auf und dass ihr die Steine immer an die passende Stelle setzt, denn sonst habt ihr etwas falsch gemacht im Leben. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.